Im Dialog Angebotstexte haben Sie die Möglichkeit, alle in dem momentan geöffneten Kalkulationsprojekt berechneten Textbausteine auszugeben. Sie haben hier die Option, sich dabei ausschließlich auf den BLB-Vergleich oder die dynamische BLB zu beziehen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich eine Übersicht über vorhandene Angebotstexte ausgeben zu lassen. Dies ist auch für einzelne Gruppen möglich. Bei der Gruppierung sehen Sie, es gibt Gruppen für Angebotstexte für die dynamische Bauleistungsbeschreibung, für den BLB-Vergleich und Angebotstexte, die in beiden Varianten Verwendung finden. Eine weitere Möglichkeit ist, alle Positionen ohne Angebotstextzuordnung auszugeben und alle Angebotstexte mit zugeordneten Positionen. Die Auswertung für das Projekt könnte so aussehen. Sie wählen hier aus, im Projekt berechnete Textbausteine für den BLB-Vergleich. Okay, wir bekommen hier die gewünschte Übersicht.